Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Projekt, was wir leider neu starten mussten, aufgrund ein paar technischer Defekte. Mit dabei sind Markus, Hoshi und Chris. Jo. Jawus. Jo. Ja. Wir spielen... Einer Putsch, dort haben wir eh schon alles gesagt. Und ihm ja... Let's face, ne? Hm. Das Dorf dahinten haben wir schon geplündert. Ich guck jetzt ja keinen an. Ja? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich guck dich noch nicht an. Pfff. Kann ich denn wissen? Mit deinem Hexter? Das ist klar, wo laufen wir hin? Links vom Stein, wie immer. Boah, Alter hat dein Maul. Ich würde ja die Strohpuppe dann auf der kleinen Insel da noch zerlegen. Oh, scheiß auf diese Strohpuppe, oder? Lass doch einfach durch den Dschungel latschen, da findet man immer gut was. Ah, klar. Guck mal, hier ist auch Öl. Wie du meinst. Wie du meinst. Vorschnitzt der Rest hier. Da. Oh. 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 Was ist denn hier? Wow. Ups. Sorry. Ob die Feinbäste. So kann ich das nicht... Ich frag gar nicht. Ach guck mal, was ist das denn hier? Bambus oder was? Bambus. Bambus. Nice. Alles mitnehmen. Da ist ein Schwein mit einer dänischen Flagge. Oh nein. Hey. Sorry. Musst du Bambus mitnehmen. Das Spanish Moss. Guck mal, da vorne ist eine Höhle. Wir können uns reinbuddeln. Ja. 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 Mach dir Mike, sammel schon was. Mach du mal. Nein. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schilfpflanzern. Kleeck. WTF. Was ist das? Was ist das? Das boost. Das boost. Oh my god. Ah, that's my shit. All the girls will be like this. Mhm. Oh, ich seh grad was in OBS. Das stimmt was nicht. Stimmt noch nicht. So, meine Spielaufnahme. Die wird nicht richtig angezeigt. Jetzt wird sie richtig angezeigt. Jetzt wird sie richtig angezeigt. Jetzt wird sie richtig angeguckt. Angezeigt. Markus ist ja nub. Spatina. Nee, weil OBS sich einfach in der letzten King of the Hilfsfolge verschoben hat. Lol. Ja, 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 ja. Kannst du mal fragen, wo seid ihr jetzt in ihr Rand, Leute? Äh, wie se... Alter, geile Höhle. Da gehen wir rein. Alter. Wut? Ach, da, das. Ja, wie groß ist die Höhle denn, bitte? Das hab ich schon mal. Easy. Wo sind die an? Äh, oben in diesem Berg. Da ist so ein fetter Höhleneingang. Ah, ich glaub, ich seh den gerade. So ein Schneeberg ist das. Bitte. Schulz. Doch Schulz, ne? Joa, servus, geh. Hier, gu- What the fuck? Seid ihr jetzt bei mir oder nicht? Gucken gerade. Ich bin da drunter den Bergerpol... Ah, den Bergerpolzen. Den... Ganz kleinen Baum. Ja, wir brauchen ja eh erstmal Spitzhacken. Wir haben nur ne Axt. Als Start-Dingsbums da. Ja, siehst du richtig. Setzt die richtige Wörter. Oh, that's my shit. Oh, the girls. Du die kriegst? Was? Ich seh die nicht, kriegst du? Thanks. Oh, ein Apfel. Nice. Ich jetzt mal da oben, aber... Leid, du hast noch nicht alles abgebrochen. Was? Du hast hier noch nicht alles abgebaut. Ach, echt. Ansonsten würde der sich nämlich automatisch auseinanderbauen, ja. Guck, da ist schon die Hälfte weg. Ey. Ich seh sie auch nicht. Arschloch. Jump and run skills wieder auspacken. Oh, ja. Ey, noch ein Apfel. Schön. Erstmal ein Apfelfutter. Ja. Pack der und... Block runter. Jee. Ich fand sie erst mit dem Stepplings wieder an. Ah, ich pack den Crafting Table schon mal in, äh... In die Höhle rein. In das Höhle rein. Das... Das Höhle. Wohl eigentlich ist es voll der geile Sport hier für uns erste Base. Ja, wenn wir mal wissen, wo ihr seid. Wir sind links vom Stein, wie immer. Das muss ich erst mal kurz... Ey, Bleid gibt mal irgendwie ein Holz oder so. Ich war grad dumm und hab ausgesehen das ganze Holz in Stöcke verbraten. Mal ein Holz da. Dressig Holz. Fast. Dann mach ich mal drei Spitzhacken. Ja, drei Holzspitzhacken. Wo, 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 da. Oder im Prinzip brauchen wir nur eine Holzspitzhacke. Dann hacke ich ein bisschen Stein und dann machen wir uns Steinspitzhacken. Wo ist denn noch fucking... Steinspitzhacken. Steinspitzhacken. Äh. Jo. Wie heißt nochmal die Karten-Map? Äh. Äh. Weiß ich nicht. Gut. Ja, Chris, ne? Äh. Das ist klasse, nicht wahr? Schöne Map. Warum kann ich nicht in die Konflikt? Seid ihr in der Höhle drinnen? Ja. Kann einer mal raus? Ich. Ja. Weil wir haben keine... Ich. Ja. Leck'n Mio. X ist minus 144, Z ist 79 und Y ist 62. Blyth? Ja, hier. Ja, hier. Spitzhacker. Ja. Warte, hier sind noch zwei. Gib ihm mal Hoshi und Ding. Hoshi und Ding, alles klar. Ja, Hoshi und Chris. Hoshi und Ding, ja. Ja, du bist jetzt der Herr Ding. Ah, ja. Aber das Holz ist auch noch nicht fertig abgebaut, was der Bob zerfällt nicht. Nice. Ah, ich hab die Koordinaten jetzt bekommen, ja. Also mitbekommen. Äh, sag's nochmal bitte. Und langsam. X ist 150. Jo. 150? Ja. Z ist 100. Okay. Und Y ist 60. Okay. Alles klar. Herr Kommissar. Und ich seh nischt. Ich kann jetzt sagen, jetzt ist Chris weg, aber da hinten rennt er noch rum. Ah, ist ne. Im Haare sieht man. Yes. Wenigstens nicht so wie Max mit seinen feuerroten Haaren da. Hoffen wir nicht so schnell. 100. Warte, 150. Warte. 150. 150. Man. 100. 100. Man. 100. 150. Komm schon, gift me Eisen. Let's. Da ist noch ein Holz und jetzt werde ich gleich schräg wahrscheinlich. Ich fink erst beide. Oh. Boah. Höhe 63. Wird's mich eigentlich verarschen. Ja. Also, ne. Will ich nicht. Aber. Ja doch hier oben sein, oder? Ja. Irgendwie schon. Ich seh ich auf der Map, aber nicht. Habt ihr ne Minimap? X. X. Minus 150. Ey. Bleib. Wie hast du nun die Minimap angemacht? Keine Ahnung. Ja, das frage ich mich auch gerade, weil ich hab gar keine. Weißt? Ne. Ach so, die müsst ihr wahrscheinlich draus in den Einstellungen und auch einstellen bevor ihr die versprochen habt. Uuuuuh. Ich hab da nur Optifine angemacht. Dass ich Optifine hab. Das. Ich hab nicht mal das. Optifine ist cool. Ich guck gerade mit Optifine die die... Steht grad beim Licht, kann das sein? Was? Was? Geh nicht ins Licht, nein. Aber ihr seht schon ein Sumpf, ja? Nö. Was ist ein Sumpf? Okay. Ähm. X 150, Z 100. Minus 150 ist X. Ach schau mal. Minus hund... Ach God. Schärf mich doch die ganze Zeit, du Wotschenkopf. Jaaa. Jalla Jalla in Kavala. Jalla Jalla in Kavala ist am Stizzl. Hä? Das ist der Herr, das ist der Herr. Ja, ich hab Eisen gefunden. Nice. Hauptsache wir... Wir verschwenden gerade die Zeit, dass wir euch suchen, dir. Ich bin am Eisenfarm und ich buddel mich schon schön in... ... und guck, äh, dass unsere Höhle zugebaut wird. Oh ne, ein Skelett. Hau ab! Hau ab! Hau! Aprilin! Jaaa! Hilf mir! Er ist tot! Du hast Pfeile im Kopf! Geil! 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 Und ich glaub ich werde dann das neue Spiel, auf was ich mega hart ab... ab... mich jetzt schon ab... 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 auch... auch... auf... auf... ne... Was ist das für ein neues Spiel? Ähm... Ich meine... es ist noch lange nicht hier draußen, aber... White Lens. Uh... Muss man das kennen? Lost Weekend White Lens? Ne, musst du nicht. Aber es ist ein fucking außerhalb Spiel. Okay. Sie haben's auf der Gamescom vorgestellt. Oh ja! Ich hab's auf der Gamescom vorgestellt. Ne, Gamescom, blät. Nächstes Jahr Gamescom, Junge. Voll hart. Besuche. Geil doch. Bei Christus muss nix besser kommen, Alter. Er scheinen reicht. Scheiß auf Arbeit, Arbeit ist ohne... Arbeit ist scheiße. Richtig, du bist krank. Ich auch. Ja, Roshi, du bist immer krank. Ich weiß, ob ich ne Arbeit hab. Wenn du eh keine Arbeit hast, ist das eh scheißegal. Bleit war hier nicht grad Kohle? Hier war doch irgendwo Kohle, oder? Ah, ah! Ich seh! Ich seh Bleit! Was? Wo? Da rum stehen sie, die Mongos. Ja, und sagen nix. Guck mal links! Ich? Oder was? Warte mal von... Warte mal, wo schaust du hin? Rechts! Achter! Ja, sag ich sicher. Da hinten stehen auch kaum jetzt ja die Mongos. Wir schwimmen! Bringt euch in Sicherheit. Die Fotzen kommen. Da ist ein Killerhähnchen. Oh ne! Oh ne! Vielleicht ich bau mal hier oben zu, ne? Moment. Ja. Oh, ich hab ein Ei! Du hast ja auch nur ein Ei! Oh fuck, ich wollte Hoshi abschießen. Äh, Markus. Was? Das war schlecht Werbung für Hitler. Ich will hier eigentlich da unten anbauen, ne? Kauf uns jetzt die neue CD. Die neue... Nee! Ich will ja nicht mehr gerade Wand nach oben ziehen. Warum nicht? Warum? Ja, dann bau's Ozil wieder ab. Geschlupft! Geschlupft! Jetzt haben wir Hähnchen in der Bude. So eine Scheiße. Doch gut, aber... Da ist der erste Mongo. Hm... Ja, das war... Die Schlösser. Pfff! Ja, das fiel mir gerade aus. Hauptlöcke. Alter, das Halt. Geil. Ja, das war aber schon vorher so. Wack, wack, wack! Was war? Das ist Halt. Das, das Halt, Mama. Bubble, what's up? Oh, Eisen. What's up, Mike? Oh mein Gott, ich habe Eisen gefunden. Eins. Na ey, das Eisen brauche ich. Du Idiot. Schatz. Okay. Ja, das waren drei Stück. Gib die mal her. Ja, nehmen sie. Meine Fresse. Ich brauche aber eine Eisenspitzhacke, ja. Guck mal wie die Geier an. Boah. Dafür brauchst du drei Eisen. Ja. Und genau die hatte Chris. Ja, das war voll badass. Gib mir zwei Stöcke, bitte. Ja, Sekunde. Boah, eine Spitzhacke. Ach so, weißt du. Ja, Sekunde. Muss das sofort gehen, wenn wir anderen uns wollen. Ja, ja. 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 Sicher. Sicher, Junge. Sicher, Wolla. Ah, weißt du was, ich brauche mir gleich eine zweite Steinspitzhacke. Man kann ja nie wissen. Bring mir mal eine mit. Warte mal, haben wir hier nicht irgendwo Kohle oder so. Wir haben noch hier bestimmt irgendwo Kohle. Weil ich habe keine Fackeln mehr. Und ich benötige Fackeln. NG Bäume abschlachten. Boah, kein Bock auf Charcoal. Warte mal, ich brauche auch noch. Nein. Nein. Gleich hast du Kohle. Schwert. Oh, dann nehme ich mir gleich diese zwei Eisen, die hier sind. Für ein Schwert. Ja. Ich habe noch nicht mal ein Schwert. Ich habe nicht mal ein Steinschwert. Ja. Schwert ist voll unnötig. Naja, beim Monster hier auftauchen eher nicht so, ne? Doch, klar. Nimm deine Spitzhacke und Baller drauf, Alter. Die ist gut genug. Baller drauf, Mami. Hart am Bollern. Ah, nice, hab Eisen gefunden. Dann wieder. Ja, ich bin froh. Hm. Wer findet die Diamanten? Hoshi. Was? Hoshi ist auch immer der Erste, der auf Ebene 12 unten ist. Nee. Ich doch nicht. Los, lass mal jetzt hier langsam runter bauen. Nehmen wir 12. Okay. Langsam. Ja, ich habe Kohle gefunden. Habe ich Stöcke dabei? Natürlich nicht. Ah, ich check schon. Komm schon, komm schon. Das ist auch nicht schwer. Ey, Blythe. Guck mal auf die Uhr. Ja. Ja. Ja, auf die OBS Uhr. Ich glaube OBS nicht. Also hab schon, aber hab sich an. Nicht. Ja, wir sind mal in einer Viertelstunde. Ja, ne, nicht. Der Baum war wieder hoch. Wir wünschen eine wunderschöne Nacht und einen Spaß. Wir danken recht sätzlich fürs Zusehen. Hoffen, er hat halt ein bisschen Spaß. No. Wenn ja, lasst ein Like da. Guckt nicht bei Markus dem spaßend vorbei. Halt die Fresse, du Henson. Tschö. Ja, Servus.